hallo und herzlich willkommen bei WetterCampbell. Ich bin heute wieder auf Diagnachten Ticket und heute habe ich das Spiel Tactic Cools. Ich habe es schon mal heruntergeladen, und einloggen. Vielleicht erkennt er mich noch. Müde, 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 müde. Das war ja das eine Spiel, wo du die Leute von oben siehst, wo du dann immer hin und her instante Leute abschießen musst. Ich glaube, ich hatte das damals über Tastatur gespielt, weil mit der Maus war es ein bisschen doof. Oh, der klingt mir nicht mehr. 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 Okay. 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 Que te refla esto, no? Das war's für heute. Und das war gerade ein WD. Ich glaube, ich muss mir gleich nochmal ein Video anschauen. Also ein bisschen fand ich den mit der Schrotflinte. Und das war's für heute. Hm. Das Laden ist langweilig. Reinig gekriegt? Schweinerei. Ach stimmt, hier war immer die Verbindung weg gewesen. Das war's für heute. Ausrüstung war ich gerade im Laden. Hm. Da gab's doch auch was umsonst immer. Ah. Ah. Keine Verbindung. Ah. Dann finde ich jetzt auch wieder keine Runde. Also kein Spiel. Wusste ich doch. Also das ist mein alter Account, weil hier ist Level 4. Und nach dem Tutorial ist man noch kein Level 4. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. 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 Hmm. Dann machen wir eine Runde offline. Ach, ist nur die eine Runde? Ja, das wusste ich nicht. Moment. Dann können wir die Runde anschalten. Okay. Offline deathmatch. Offline deathmatch. Offline deathmatch. Offline deathmatch. Oh dear, my father. Offline deathmatch. 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 Er mit der Schrotflinte ist halt auch am besten. Er mit der Schrotflinte ist, dass die Schrotflinte ist. so ein Mist 120, ja, gewonnen Grad war auch schon das Zeichen, dass ich das Spielen geschafft habe Gut, gut, gut Das war das, warum ich das bisschen loof fand Irgendwie war jedes Mal die Verbindung weg Na egal Also recht herzlich, danke fürs Zuschauen Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao, Ciao